Hey Leute, hier sind Dana und Patrick von Gorilla und heute zeigen wir euch einen Move, der nach einem legendären Freestyler benannt wurde, den Abdul Latrik. Am Anfang sitzt ihr in der normalen Sitternposition, dann beim ersten Schritt streckt ihr euer starkes Bein aus, euer schwaches winkelt ihr an, so dass hier ein Dreieck gebildet wird, dann legt ihr den Ball in das Dreieck hinein, achtet dabei darauf, dass der Ball nicht den Boden berührt. Jetzt lehnt ihr euch mit dem Ellenbogen auf die Seite des angewinkelten Knies und führt das ausgestreckte Bein über den Ball. Als nächstes könnt ihr das ausgestreckte Bein wieder anwenkeln und den Ball einkleben. Das untere Bein streckt ihr jetzt aus, könnt am Anfang mit eurer Hand ein bisschen den Ball anheben, so dass er frei liegt, rollt den Ball runter und führt ihn wieder in die Sitternposition. Wenn das klappt, könnt ihr es natürlich immer mal wieder schneller probieren oder aus dem Dschunglieren heraus. Das war der Abdul Latrik, heute ausgeführt von Patrick. Ich bin ihn mega stylisch, probiert es aus. Bis zum nächsten Mal.